Herzlich willkommen aus dem P3-Studio. Niederösterreich hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt dank der neuen Landesgalerie in Krems oder dem Haus der Geschichte in St. Pölten zu einem international beachteten Museumsstandort entwickelt. Vor allem innerhalb Österreichs deutlich weniger bekannt, aber nicht minder spannend ist das Museum in Gugging bei Kloster Neuburg und ich freue mich heute die Kunsthistorikerin und neue Leiterin des Museums Nina Ansberger bei mir begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Kommen. Frau Ansberger, wenn man Gugging hört oder die Menschen auf der Straße fragt, ist oft die erste Reaktion, das war doch dort, wo die Landesnervenklinik, die 2007 geschlossen wurde, gestanden ist. Was hat das Museum auch mit dieser Landesnervenklinik zu tun? Also das ist schlussendlich die Basis des Ganzen, weil ein bestimmter Psychiater namens Leon Navradil an diesem Ort tätig war und Mitte der 50er Jahre Zeichentests eingeführt hat und im Zuge dieser Zeichentests herausgefunden hat, dass einige seiner Patienten ein künstlerisches Talent haben und diese Patienten hat er dann gefördert. Wenn man jetzt zurückdenkt in die 50er Jahre, wo psychisch Erkrankte noch als Narren, als Irre bezeichnet wurden, warum ist da auch wirklich der bildenden Kunst schon so ein hoher Stellenwert eingeräumt worden, was ja damals durchwegs unüblich war. Ja, Leon Navradil war generell interessiert an Kunst und eben an dieser bestimmten Untersuchungsmethode, dieses Zeichentests. Und er hat dann eben angefangen, diese Tests zu machen und hat dann auch ein ganz wichtiges Werk publiziert, ein Buch namens Kunst und Schizophrenie 1965 und auf diese Publikation sind dann quasi österreichische Künstler aufmerksam geworden und so ist das quasi in diesem Kunstbereich auch quasi eingebettet worden. Aber es ist ja dann in weiterer Folge auch die internationale Kunstwelt, vor allem auch Frankreich, aufmerksam geworden auf die Guglinger Künstler und Gugling gilt heute als einer der bedeutendsten Entstehungsorte für diese Art Brüt. Was kann man sich da auch darunter vorstellen? Ja, also Leon Navradil war dann quasi mit dem Begründer dieser Kunstrichtung La Brüt in Kontakt. Das war schon die Buffet. Schon die Buffet hat sich auch ab 1945 quasi auf die Suche begeben nach einer Kunst, die unbeeinflusst ist, die roh ist, die aus sich heraus entstehend und weg ist quasi von der akademischen Kunst, also von der kulturellen Kunst, wie die Buffet es da auch genannt hat. Und Navradil hatte mit die Buffet Briefkontakt und sie haben sich quasi ausgetauscht über die Werke, die in Gugling entstanden sind. Und die Buffet hat die Guglinger Künstler 1969 auch zu dieser Kunstrichtung zuerkannt. Wie ist das dann auch Richtung, Sie haben gesagt, österreichische Künstler haben sich auseinandergesetzt, mit der Bekanntheit der Guglinger Künstler weitergegangen? Ja, also 1965 gab es dann quasi diese Publikation Kunst und Schizophrenie und Kunst. Und Künstler wie ein Peter Pongratz oder auch ein Aluf Rainer, die waren zu dieser Zeit auf der Suche nach einer eigenen neuen Ausdrucksform und haben quasi die Akademie, ein Rainer hat das quasi abgelehnt, der ging ja einen Tag nur auf die Akademie und ein Pongratz wollte immer etwas Neues finden. Er hat dazu auch einen Artikel geschrieben auf der Suche nach der verlorenen Kunst und die haben sich früh schon mit Kunst von psychisch Kranken auseinandergesetzt und haben dann Navradil besucht, haben die Künstler, damals Patienten dort besucht und haben sich eben mit dieser Kunst beschäftigt. Dieser Dialog zwischen gesunden und psychisch kranken Künstlern steht ja auch im Mittelpunkt der aktuellen großen Sonderausstellung Gugling, inspiriert von Bowie bis Rot. Wenn man da hört, Bowie, der Weltstar David Bowie, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass auch ein so international erfolgreicher Künstler auf einen kleinen Ort in Niederösterreich aufmerksam wird? Also man muss vielleicht noch dazu vorwegnehmen, dass die Navradil ein Haus gegründet hat, wo dann ein Teil dieser Patienten, die dann Künstler wurden, gelebt haben und nach wie vor leben. Das war 1981, das ist das Haus der Künstler. Und David Bowie hat 1995 ein Album veröffentlicht, First Outside, und hatte schon ein Konzept fertig für dieses Album und war auf der Suche nach Inspiration. Er kannte Gugling schon, er war schon 1970 einmal hier und ist dann mit dem Musikproduzenten Brian Eno, mit dem er dieses Album herausgegeben hat, nach Gugling gekommen, 1994. Er war in Summe zwei Tage dort und an einem Tag hat ihn die Fotografin Christine de Crosi auch begleitet und deswegen haben wir quasi auch Dokumente dieses Besuchs. Er hat dann den ganzen Tag dort verbracht und hat wirklich versucht, die Stimmung, die dort an diesem Ort ist, mitzunehmen in sein Album. Was ihn besonders interessiert hat, war so eine Mischung aus dem Thema Kunst und auch Krankheit, das quasi an diesem Ort so vereint ist und dass hier Menschen Kunst schaffen, die es nicht interessiert, dass sie Künstler sind, sondern dass sie eben, wie schon auch vorher erwähnt, wie Tobias de Buffet sagt, Kunst aus sich heraus schaffen. Und David Bowie war auch familiär vorgeprägt, mütterlicherseits, waren einige Verwandten psychisch erkrankt und auch sein Halbbruder, der eine ganz wichtige Figur für David Bowie war. Das heißt, er hatte quasi schon vorher Kontakt mit psychisch Kranken und war sich dem Thema auch sehr bewusst. Welchen Bedeutung hat dieses Album dann auch musikgeschichtlich erlangt, das da unter Inspiration von Gugling entstanden ist? Ja, also das ist ein ganz spannendes Album, was auch viel diskutiert wurde. Es wurde mit sehr vielen Klang-Experimenten gearbeitet. Und Guglinger spielte in dem Fall eben eine Rolle, dass sie einfach dann nach diesem Besuch ins Studio gegangen sind, in der Nähe der Stadt, in der auch die Sammlung von de Buffet untergebracht ist, die Kollektion de la Brut in Lausanne. Und sie sind in dieses Studio gegangen und haben quasi einfach inspiriert von den Momenten, die sie dort erlebt haben, haben sie quasi das Album dann geschaffen. Was aber ganz viele Aspekte mit hineinbringt, so wie David Bowie immer gearbeitet hat. Im Ausstellungstitel findet sich auch Gerhard Rohde, einer der bedeutendsten österreichischen Gegenwartsliteraten. Wie hat generell auch die österreichische Literatur- und Kunstszene auf Gugling reagiert und diesen Dialog gesucht? Ja, also es ist so, dieses Thema Gugling inspiriert, das zieht sich eben seit Mitte der 60er Jahre bis in die Gegenwart. Und ein sehr schönes Beispiel ist Gerhard Roth, der eben auch schon 65 diese Publikationen von Leon Navadil gelesen hat, der in den 70er Jahren dann nach Gugling kam. Und sein letzter Roman von 2022 handelt oder dreht sich auch um das Haus der Künstler. Also das Haus der Künstler ist ein Schauplatz seiner Erzählung, die Imker von 2022. Und es zeigt sich nach wie vor, dass es ein großes Interesse an dem Ort gibt und dass viele Künstler kommen und quasi inspiriert werden wollen und dass dann hier auch einiges entsteht. Wie hat auch dieser Austausch zwischen den Gesunden und Kranken, die ja damals noch weggesperrt waren, teilweise von der Gesellschaft, auch in der Praxis funktioniert? Konnte man da einfach so in dieses Haus der Künstler oder in die Nervenklinik gehen und da Tage verbringen oder wie war das? Ja, also der Vorteil oder das Schöne am Haus der Künstler ist auch schon in den 80er Jahren, dass es ein sehr offener Ort war. Das heißt, diese Besuche haben immer wieder stattgefunden. Auch André Heller, wie hier zu Gast, Schriftsteller wie Friederike Mayröcker, Gerd Jonke sind immer wieder gekommen, auch Clemens Setz, er schreibt in einem Kapitel in einem seiner Bücher über Waller und das heißt, Gugging war und ist ein schon sehr offener Ort, aber auch mit dem Abzug der Psychiatrie von 2007 quasi hat es sich natürlich noch mehr geöffnet. Aber wie ist es dann auch mit den Künstlern weitergegangen nach diesem Jahr 2007, wo die Klinik dann sozusagen zu war? Sind jetzt noch Künstler hier am Areal in diesem Haus der Künstler beheimatet oder wie schaut das aus? Ja, also das Haus der Künstler gibt es nach wie vor. Es hat einen Zubau bekommen 2011. Das heißt, es besteht nach wie vor. Es ist auch quasi so eine dritte Generation in das Haus eingezogen. Also viele junge Künstler sind hierher gekommen oder kommen hierher. Neben dem Haus der Künstler gibt es ja das Museum und die Galerie Gugging. Im Museum zeigen wir eben die Ausstellung Gugging, inspiriert von Boe bis Rot. Wie weit wirkt sich jetzt auch, Sie sagen junge Künstler, wie weit gibt es jetzt auch vielleicht noch junge internationale Künstler, die sich hier auf die Vorfahren, wenn man so will, und die erste und zweite Generation der Guginger Künstler berufen? Ähm, die gibt es. Also es gibt auch viele junge Künstler aus der Akademie zum Beispiel in Wien, die hierher kommen und sich inspirieren lassen. Aber international kommen vor allem Fotografinnen und Fotografen, die diesen Ort aufsuchen und quasi diesen Kontakt suchen und sich hier inspirieren lassen wollen. Jetzt habe ich da auch gefunden einen Modeschöpfer, den Christopher Cain. Was hat es mit dem auch auf sich? Der ja doch ein verhältnismäßig junger Künstler noch ist. Ja, genau. Christopher Cain ist ein schottischer Modedesigner und hat einen BBC-Beitrag gesehen, in dem auch Gugging vorkommt, wo die Art Bus-Szene vorgestellt wird und hat sich gedacht, okay, er muss nach Gugging fahren, er muss diesen Ort kennenlernen. Das hat er 2016 gemacht, war dann so begeistert und hat einen Teil seiner Pre-Fold-Collection 2017 den Guginger Künstlern gewidmet. Und zwar hat er Motive des Guginger Künstlers Heinrich Reisenbauer genommen und auch von Johann Koretz und hat die quasi auf die Textile angebracht und eigene Designs geschaffen. Wir hören jetzt schon sehr oft dort diese Magie des Ortes. Was macht das auch für Sie, die ja 13 Jahre schon mit dem Haus, zunächst als Ausstellungskuratorin und jetzt als Leiterin verbunden ist? Was macht diese Magie auch von Gugging und diesem ganzen Areal auch aus bis heute? Also das Spannende ist eben, das haben wir ja vorher schon besprochen, dass die Künstler quasi vor Ort sind, sie leben dort, man begegnet ihnen, man tauscht sich aus und die Werke sind einfach sehr spannend. Und sie sind auch sehr unterschiedlich, das heißt wir haben Arbeiten von Johann Gaber, von Karl Wanderl oder auch August Waller, die jeweils auf ihre eigene Art und Weise einen berühren und ansprechen und das ist eben das Spannende auch an diesem Ort. Jetzt sind Sie jetzt die zweite künstlerische und wissenschaftliche Leiterin des Hauses, damit auch viel Raum für Neues und in welche Richtung soll das Museum unter Ihrer Führung jetzt gehen? Ja, also Gugging ist ja auf eine gewisse Art und Weise ein inklusiver Ort, also die Gugginger Künstler leben dort, arbeiten dort. Mir ist es ganz wichtig, das Museum auch weiter noch zu öffnen, als einen lebendigen Ort zu gestalten, als ein lebendiges, modernes Kunstmuseum. Das heißt, wir wollen es auch als inklusives Museum gestalten und arbeiten da gerade an verschiedensten Projekten, wo wir quasi Besucherinnen und Besuchern Angebote geben können. Was kann man sich da auch als Laie oder Außenstehende einmal so ungefähr darunter vorstellen? Ja, also Booklet sind einfache Sprache, dass wir Medienstationen haben, die auch quasi mehrsprachig dann sind, dass wir einfach partizipative Projekte mit der Kunstvermittlung umsetzen, also in dieser Art und Weise werden diese Projekte sein. Gibt es da schon so erste konkrete Dinge? Das ist jetzt noch unter Verschluss. Also wir sind gerade dabei, das ist ein Tickeln, genau. Also es warten spannende Zeiten im Museum Gugging und im Haus der Künstler. Dann sage ich Ihnen danke fürs Kommen. Und an Sie, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, wenn wir die Lust an Museum Gugging und den Gugginger Künstlern geweckt haben. Die aktuelle Sonderausstellung ist noch bis 24. September diesen Jahres zu sehen und jedenfalls einen Besuch wert. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.